Hallo zusammen, hier ist der Calvin und herzlich willkommen zum Portfolio Review Nummer 15. Ich habe wieder 10 Bilder am Start und ja, ich erfreue mich dermaßen immer. Also wir machen diese Portfolio Reviews so dermaßen Spaß. Es ist so schön, eure Bilder zu sehen und die dann zu zerreißen. Nein, aber die Meinung dazu zu äußern. Und ich finde es auch immer klasse, wie unter den Videos geschrieben wird. Macht bitte weiter so, das ist sehr motivierend, auch für die Leute, die diese Bilder einreichen. Schreibt immer eure Favoriten und wie ihr das Ganze seht und so weiter. Und verlinkt vielleicht auch mal so ein Video bei euch auf der Facebook Seite. Das ist immer eine Promotion für die 10 Leute und es ist mit Sicherheit auch hilfreich, so ein Portfolio Review. Ansonsten würden es ja nicht so viele sehen. Wir legen los. Bild Nummer 1. Ja, ich habe es ja schon in einer anderen Review Folge erzählt, dass ich nichts von diesen Posenkragen halten halte. Die sehen total gestellt und gekünstlich aus. Also gekünstelt meine ich, was soll da jetzt dargestellt werden? Mach mal, wenn dir kalt wäre. Oder will man einen Kragen oder rück mal die Jacke zurecht. Es wirkt immer gekünstelt, diese Posen. Also ich kann damit nichts anfangen. Ansonsten vom Typ her spannend. Ja, dieses Entsättigte finde ich auch gut. Die weiße Wand, ja, finde ich jetzt nicht so spannend. Also da hätte ich mir irgendwie einen anderen Hintergrund gewünscht. Vielleicht was Dunkleres. Also dieses Weiß macht es langweiliger für mich. Und vom Licht her, ja, es ist ein einfaches Licht. Es ist halt alles ziemlich schattenfrei ausgeleuchtet. Was hier, denke ich mal, ganz okay ist. Eine gute Schärfe, eine Bearbeitung, die eigentlich so zum Typ passt. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Kontrast gewünscht. Aber ansonsten, ja, ein schlichtes und einfaches Porträt. Ihr seht hier unten, das soll scheinbar die Website sein. Oh, sieht auch wieder nach einem Schweizer aus. Ja, einfaches Porträt halt. Wie gesagt, hält mir noch ein bisschen anderer Hintergrund. Okay, wir machen mal weiter. Wie gesagt, die Pose. Da kann ich einfach nichts mit anfangen. Bin ich kein Fan von. Aber coole Jacke übrigens. Okay, wir machen weiter. Ja, der Dennis, die Bildgestaltung. Naja, wenn du halt das Gesicht so tief platzierst, die Augen, weil die übrigens extrem gut hier kommen, so mittig nimmst, dann ist eben halt viel Stirn da. Das finde ich meistens nie so gut. Also ich bin da mehr so der Fan von diesem Bildschnitt. Und ja, warum nicht auch mal ein außergewöhnliches Format, ja. Wenn du das jetzt in dem Format nehmen würdest, finde ich, wird das Bild nicht schlechter. Aber da oben, da ist mir, das ist mir zu viel. Wo einfach nicht spannend ist. Wenn sie jetzt da oben noch so eine Blume im Haar gehabt hätten, oder so was hätte ich, oder so ein Band, wie ist denn jetzt so ein Stirnband, aber da gibt es ja diese, nicht geflochtenen Dinge, aber was man im Sommer oft anhat. Wenn sowas noch mit drin wäre, ja. Ja, ansonsten hätte ich hier so einen Schnitt gewählt, ja. Den Schnitt, den hätte ich gut empfunden. Ich bin noch ein bisschen reduziert hier in der Nase, so ein paar Kleinigkeiten, die Augen werden schon sehr extrem, aber finde ich noch gut. Ja, das darf ruhig knallen. Und vielleicht hätte ich da noch eine Blüte drauf montiert. Das fällt mir jetzt gerade mal so ein bisschen ein. Der Grashalm, ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch noch raus reduziert, oder nicht ganz so weit, wenigstens bisher her ein bisschen weg reduziert. Aber ansonsten, schöne Aufnahme eigentlich, also sie freut sich da mit Sicherheit drüber. Ist ein schönes Bild, da gibt es nichts. Ja, das Bild ist nicht verkehrt rum. Also das Bild ist eigentlich bestimmt verkehrt rum, aber es wurde mir so eingeschickt. Ja, Grundidee vielleicht ganz gut. Also ich kann mit dem Bild null anfangen. Also ich finde es eigentlich richtig schlecht. Es tut mir echt leid, ja, weil, warum so matschig? Also es sieht ja total vermatscht aus. Soll es gemalt aussehen, wie ein Gemälde? Hat dann nicht funktioniert. Dann frage ich mich, was ist denn das hier an der Stirn? Was hat die da? Was ist das da? Das sieht ganz komisch aus, wenn da so eine Platte am Kopf montiert wäre. Auch der Körper sieht total komisch aus. Warte mal, ich drehe mich mal ganz kurz auf den Kopf. Die liegt da scheinbar irgendwo. Nee, also das ist für mich ein typisch verarbeitetes Bild. Und nochmal, wenn ich die Bilder so zerreiße, es ist nur eine Meinung. Mach noch eine zweite Version, mal was ganz anderes und schick es mir. Vielleicht ist es dann viel besser. Also mir gefällt dieses Vermatschte überhaupt nicht. Dann sieht es ganz komisch aus an der Stirn, die Hände. Also null. Deswegen machen wir auch direkt weiter. Sorry. Ja, das ist provokativ. Während des Adonis hat es geschickt. Finde ich eigentlich ganz gut. Der lila Teil gefällt mir nicht ganz gut. Ist da unten dieses Goldene, geht bei mir durch. Also Ausdruck finde ich natürlich gut. Der sitzt, der Ausdruck, der gefällt mir. Ich wäre wahrscheinlich näher ran. Ich hätte wahrscheinlich vom Schnitt her sowas gewählt. Ja, also eigentlich so irgendwie. Das hätte mir gut gefallen. So der Schnitt. Also denkt euch jetzt den rechten Teil natürlich weg. Also links weniger, da weniger. So näher ran. Und oben weniger. Diese Struppelhaare gefällt mir nicht so. Also der Schmuck muss mit drauf. So irgendwie hätte ich den Schnitt gewählt. Ja, und dann eigentlich die Schärfe sitzt. Die ist direkt hier. Provokativ. Was ist hier passiert? Was macht die da? Warum macht sie das? Gefällt mir ganz gut. Also Gefallen ist interessant. Schön ist ja was anderes. Also nicht schön im klassischen Sinne. Aber finde ich ein gutes Bild. Ja, ich nehme an, das ist eine Street-Aufnahme. Gefällt mir ziemlich gut. Nee, echt. Auch der analoge Touch da. Dieses Format und so weiter. Richtig geil. Also er guckt total kritisch. Im Hintergrund so ein paar Frauenbeine. Und der Blick ist genial. Also ist er natürlich auch ein interessanter Hund. Er steht gut. Die Gestaltung finde ich klasse. Also das Bild funktioniert bei mir. Ganz ehrlich muss ich sagen, ich weiß, es ist eine Street-Aufnahme. Aber du hast ja auch da wahrscheinlich bearbeitet. Bisschen so mit diesem Look. Ich hätte das hier wegretuschiert. So das wirklich wie so ein Casanova, der so wie so ein Macho allein auf der Straße unterwegs und checkt so die Lage. Hier erkennt man noch, dass halt irgendwo festgebunden ist oder geführt wird. Das hätte ich echt noch entfernt. So dann wäre das für mich echt noch die Krönung gewesen. Also das Bild gefällt mir gut. Auch der Touch, vielleicht ein bisschen viel Textur da oben an den Beinen. Ich glaube, die brauchst du nicht mal. Ich glaube, so reines Schwarz-Weiß mit ein bisschen Körnung, das langt. Aber sehr gutes Bild. Du kannst gerne noch mal was dazu schreiben, wie es entstanden ist, wie es bearbeitet ist. Also echt gut. Gefällt mir. Wieder dieses Malfilter. Hey, ich weiß nicht, von wem ihr das habt. Ich meine, ich habe ja das Tutorial auch. Aber manchmal ist es, mir scheint da noch manchmal das Gefühl ein bisschen zu fehlen. Aber guckt euch doch mal jetzt den, oder guckt ihr doch mal den Sand an oder was das sein soll. Das sieht doch total komisch aus. Ja, jetzt sucht ihr bestimmt meine Bilder, wo es auch komisch aussieht. Gibt es vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ansonsten, das Tier, der Löwe sitzt sauber da, schön mit dem Licht, hat gepasst. Die Gestaltung finde ich gut, aber mir gefällt, wie gesagt, nicht. Der Malfilter, der ist mir zu extrem im Hintergrund. Und der grüne Grasbüschel, den hätte ich noch irgendwie entfernt. Also der, nirgendwo im Bild kommt grün vor. Das Bild lebt von schönen Brauntönen. Ja, Braun- und Grautöne. Und dann dieser grüne Grasbüschel, der da hinten, wie wenn er aus dem Arsch raus wachsen würde. Den hätte ich noch wegreduschiert. Ja, aber gut, grün kommt hier auch in einem Logo vor. Jetzt passt es wieder. Nee. Also den hätte ich noch weg. Und Malfilter dezenter angewandt. Ja, auch wenn es beim Tier kommt es ganz gut. Hier, also die Stellen müssten gut kommen beim Fell. Aber der Boden da hinten, der geht gar nicht. Ja, ist auf den ersten Eindruck ein schönes Porträt. Der Ausdruck sieht ein bisschen komisch aus, wie er den Mund hält. Und warum hast du dem lila Augen, Alter? Das gibt es doch gar nicht. Also die Augenfarbe gefällt mir überhaupt nicht. Und die Ohren sind ja noch ein bisschen rötlich. Da haben wir noch ein bisschen harte Glanzstelle. Dieser Übergang hätte ich noch ein bisschen abgesoftet. Die Augenringe noch ein bisschen was gemacht. Der Hals wirkt ein bisschen sehr fleckig. Da kann man noch ein bisschen was machen. Aber so vom Licht her spannend. Auch das Cremefarbe, das finde ich ganz gut. Aber wie gesagt, die Retouche ein bisschen und eine andere Augenfarbe. Kein Mensch hat lila Augen. Mann, das ist ein junger Kerl, der gut aussieht. Wieso kriegt der lila Augen, Flo? Erklär mal. Also es wirkt hier lila, ganz klar. Und das ist auch geil Bullshit. Okay, also generell ein schönes Porträt, wie gesagt. Außer die Augenfarbe und ein bisschen die Retouche noch optimieren. Aber ansonsten eigentlich ganz gut. Fototuto hat mir dieses Bild geschickt. Und ja, sorry. Da kann ich keine 30 Sekunden drüber reden. Das ist halt irgendwo auf einer Alm oder in den Bergen. Aber der Zaun, ist der jetzt wichtig? Ist der toll? Also der ist ja ein Element in dem Bild. Also der Zaun ist ja hier sehr prägnant im Bild. Eine Linienführung. Aber was ist da so spannend? Also mir gibt das Motiv einfach nichts. Klar, die Berge da hinten. Aber da hättest du von da vorne fotografieren müssen. Die Hälfte vom Bild besteht ja aus Wiese und diesem Holzzaun. Also ich wüsste nicht, was daran spannend ist. Also für mich ist es nicht spannend. Mir sagt es nichts. Vielleicht ist es dein Zaun, wo du lebst. Ich weiß es nicht. Aber sagt mir jetzt nicht so zu. Also rein von der Motivwahl her. Sorry. Ja, das ist für mich auch ein Erinnerungsbild. Das kann man heutzutage sogar schon vom iPhone machen, solche Bilder. Der Himmel sieht ein bisschen verzeiht aus. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber kann sein, dass das Panorama kommt. Also es ist eine schöne Gegend. Es ist nicht ein Mannheim. Sieht ein bisschen aus wie ein Mannheim. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Könnte ein Mannheim sein. Ja, es sieht so ganz gut aus. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, um aus dem Bild noch was Besonderes zu machen, habe ich die ganzen Leute rausreduschiert. Das wäre voll der Gag gewesen. Die Mühe hätte ich mir wahrscheinlich gemacht. Und dann wäre wirklich, ja. Wobei, das kann ja auch, die Leute tragen ja auch dazu bei, an Stimmung. Gerade vor allen Dingen, die liegen hier wirklich schön in Reihe. Ja, es ist ein ganz normales Bild. Also technisch gesehen ist es jetzt nicht besonderes, ultra besonderes Licht. Es ist halt ein Sommerwetter, wo die Wolken zu sehen sind. Sieht aus wie so ein HDR-Panorama. Ja. Also es ist okay. Ich glaube, es ist Mannheim. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Machen wir weiter. Ja, junges, hübsches Mädel. Guckt, blickt in die Ferne. Rose im Ohr, Blumen im Hintergrund. Schnitt hätte ich vielleicht so genommen. Also hier noch ein bisschen höher. Qualität. Ah, oh, sorry. Da geht es noch ein bisschen raus. Mein Fehler. Ja, aber selbst da. Ich kriege es jetzt kein Mittelding hin. Warte mal, war das beim Panorama auch? Ne, da war, glaube ich, alles drauf. Okay. Ja, oben ist mir jetzt hier ein bisschen zu viel Luft. Ja, also da hätte ich das Bild oben so beschnitten. Also definitiv näher ran. Also die Lücke da oben zwischen dem Holz und dem Ding brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ein bisschen näher ran. Und ja, ihr Zahn wird hier vielleicht hier noch ein bisschen aufgehellt. Der fällt ein bisschen arg auf. Das sieht aus wie die Augenfarbe. Guck mal, passt super. Ja, aber schönes Outdoor-Porträt. Mir ist das Bokeh noch ein bisschen zu wenig. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung das jetzt fotografiert wurde. Ich hätte mir das noch ein bisschen milchiger gewünscht. Das sieht noch ein bisschen arg, zu viel Struktur drin, ein bisschen komisch aus. Also noch ein bisschen weicheres Bokeh. Weiß nicht, ob du das mit welcher Blende fotografiert hast, aber mit 85mm 1.8 kriegt man das eigentlich ein bisschen schöner, weicher hin. Das ist mir noch ein bisschen zu hart. Aber ansonsten, ja, ein normales, schönes Outdoor-Porträt, wo sie sich mit Sicherheit darüber freut. Von dem her passt das eigentlich schon. Ja, wieder diese Herrschen. Ich würde es halt immer wegreduschieren. Mir gefällt es nicht so. Was? Das waren noch keine zehn Bilder, oder? Haben wir schon zehn Bilder durch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alter, ich kann zählen. Gibt es das? Es ging aber schnell. Ja, dann war es das für diese Folge. Schreibt mal eure Favoriten. Ich mache hier nochmal ganz klein, dass ihr ganz kurz nochmal sehen könnt, welche Bilder wir alle hatten. Was ist euer Favorit in dieser Runde? Die Bilder sind übrigens immer wild zusammengewürfelt. Also in der Reihenfolge, wo ihr mir die einsendet, werden die quasi genutzt. Und mit wem ihr dann in die Runde geschickt wird, ins Rennen geschickt wird, kann ich nicht sagen. Aber wer ist der Gewinner? Und das seht ihr dann in den Anmerkungen, wer welches Bild am meisten als Favorit nimmt. Und wenn du das dann bist, dann kannst du dir auf die Schulter klopfen. Okay, die Bezeichnungen sind auch immer geil, oder? Hier, Chico, Marcelo, Polen, Klein. Okay, also, bis zur nächsten Runde. Okay, also, bis zur nächsten Runde.